heute mal wieder aus meinem wunderschönen auto aus dem wunderschönen naja ist natürlich so eine sache ob das schön ist aber auch nicht weiß natürlich nicht aber wir sind heute auf dem weg nach dresden dann weiter nach leipzig und dann wieder nach in den wunderschönen belandet ich hoffe natürlich ihr habt Spaß mit mir gemeinsam und ich würde sagen wir gucken ob wir was für eine stecke sehen oder allgemein bekannt ist weiß ich nicht naja eine viertel stunde vorher 20 minuten ist natürlich nicht das schnellste was ich erlebt habe ich bin trotzdem 140 gefahren drei baustimme unterwegs lang rotfase auch noch also dafür doch respekt dass ich das in dieser zeit geschafft habe tut dass ich um sieben losgefahren bin ja mal gucken ob ich jetzt was aufnehmen von der ganzen reise noch oder allgemein von blantes wir sind Bis zum nächsten Mal. 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 So Leute. Nach dem strimmenden Regen gerade noch was zu essen geholt. Natürlich das Gesundeste, was es gibt. Und ich würde mal sagen, der Tag war heute ziemlich geil gewesen. Ich hoffe, ich habe was ordentliches rausgeschnitten. Ja, gelassen da oben da, wenn nicht einen Daumen nach unten, schreibt in die Kommentare, was ich natürlich verbessern konnte in den ganzen Videos hier in Sachen Real Talk und sonst was. Bis zum nächsten Mal. Und da bring's halt. Bis zum nächsten Mal. Sagt euer Menzi. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Mama für Lärmschutz. Ich bin bei 30. Ich verstehe mein eigenes Wort. Was soll denn das? Alter.